Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Misscreated. Nein, doch! Cool. So, du warst schon hier, sehe ich. Hier liegen überall Leichen. Sehe ich, sehe ich. Wo bist du? In den irgendwelchen Zelten drin. In den Tumpen warst du wahrscheinlich so, ne? Die sind ja leider gestorben und ich habe keine Munition. Das ist die oder das ist mir ein Viechentech? Ach, die ist. Sehr gut, dann kann ich da hier weitermachen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Neues Gebäude, das kannte ich damals noch nicht. Ich glaube, wir laufen von zwei hinterher. Echt? Ja. Ach man. Warum immer ich? Keine Chance mit meinem Bildwurschläger. Ach, da kommt noch eine andere an. Ah. 2.000 Jahre später. Sie ist weg. Was mir ist passiert? Hast du wurde geschossen? Ja. Okay. Was schießt du? Auf Monster. Alter. Scheiße, ich kann die Enkel von Sushi so nicht mitnehmen. Der sagt mich hat da keinen Platz für und ich weiß nicht warum. Haben die alle nichts besonderes oder was? Ich habe eine ganze Munition rausgegeben für den Scheiß. Und hier ist schon wieder einer rum. Ja. Wo ist die Enkel von Sushi? Im Turm drin. In welchen? Oben? Ja. Auf dem Boden. Da habe ich die hingeschmissen. Kann man unbedingt anfangen, wenn da keine Munition drin ist. Meine Güte. Zu denn. Oh, der ist schon wieder am Schießen. Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Wo war das nicht gerammt, ey? Alter. Lass doch mal langsam mal noch. Das sieht so an. Hier hat das halt keine 100er Munition. Oh. Hier kommen noch mehr. Hier ist auch nicht. Irgendwann da schießt du die. Ja, ich habe auch gleich mehr Munition mehr. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ach so. Ja? Wieso? Weil ich dann nachladen wegrennen wollte. Ja. Dann läuft der fast nicht mehr. Dann haben die die ganze Zeit von hinten auf die eingeschlagen. Dann habe ich gar nichts gesehen. Dann habe ich erst gemerkt, als schon orange war. Wieso auch? Ich habe noch eine Scheiß Shotgun und einen Tranquilizer dort. Ich brauche keine Shotgun und keinen Tranquilizer. Außer wenn da Munition drin ist. Aber ich kann jetzt keine was mitnehmen, wo keine Munition dabei ist. Boah. Ich bin irgendwie einer der jetzt komplett aus eskalierende... ...kommige Motoren jetzt nicht weiter fließt. Ich habe mir dann fast gedacht, dass ich keine Munition mehr habe. Ja. Hier liegen mal Tote. Hey du darfst hier irgendwo lang. Und da bist du. Ja. Ich kann dich nicht richtig schüren, weil meiner Tochter würde ich die liegen. Ja komm doch hier zu mir. Ach so eine Spinne. Wo bist du denn? Irgendwo bei dir war ich gerade. Jetzt habe ich die verloren. Da bist du. Das bin ich. Nein. Doch. Ach ja. Komm her. Pass auf. Hier ist irgendwo eine Spinne. Ich kann die nicht mehr reduzieren. Ich glaube hier aber hinterher. So. Ich glaube ich höre jetzt kaum die Monster her. Wieso du bist doch gerade geheilt? Von wem? Von mir wurde sogar geheilt. Oh ne. Oh ne. Wo ist das denn? Wo müssen wir jetzt? Ich dachte. Nein. Dann liebt man. Geh mal weg. Lauf weg. Lauf weg. Mein Gott. Du sollst weglaufen. Was kannst du eigentlich her? Six and a half hours later. Wo bist du denn? Stefan, welcome to Sultanschild. Ich bin bei den Häusern. Bei den Wohnhäusern. Bei den Wohnhäusern. Ich kann von dir die Tankstelle sehen. Hast du denn Sachen für mich mit? Ja. Ich habe ein bisschen Essen für dich. Ein bisschen Trinken für dich. Ein paar Millimeter für dich. Mit? Wo bist du? Immer noch ohne. Sie sind geistig behindert. Ich habe keine Munition mehr gesammelt. Oh nein. Die Partie ist nicht drauf. Was? Die Partie ist nicht drauf. Wo drauf? Auch die Typen, die jetzt gleich mitbringen. Ich bin selber gerade ein. Kollege, drehe dich mal um. So eine Tankung? Ja, sofort. Jetzt kommen noch mehr Leute. Erschossen. Äh... Willst du mich verarschen? Hallo? Ich bin hier. Hallo? Ich bin hier. Hallo, da. General Kenobi! General Kenobi! General Kenobi! General Kenobi! ich sehe den nicht da da pisse ich geht doch ja lass mal hier reingehen wo nein keine munition mehr wo es kommt mit wir müssen weg hier wie sollte ich keine munition mehr verarschen was kannst du eigentlich noch zwei gar nichts mehr wir müssen weg du willst dich verarschen oder nein ich konnte doch nicht looten in dem schatz war doch nichts ja hier war ich schon drin ok ja wo müssen wir jetzt hin wo willst du jetzt hin lass uns hier los möge die macht mit ihr sein ok jetzt hab ich meine scheiss knarre ohne knarre drin ich hab noch einen schuss schlösser warte mal ja 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 Vielen Dank.